Na ja, war dann noch die ersten Karten, die zweite und dann die dritte. Also ich glaube, an dem ersten Tag, wo ich wirklich geschrieben habe, habe ich glaube ich locker zehn Seiten geschrieben und das war schon ein geiles Gefühl. Gerade wenn man vorher erst mal ein paar Tage lang nur an der Storystruktur, an den Charakteren arbeitet, dann in den ersten paar Seiten hat man schon ein Gefühl dafür, funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht. Und nach den ersten zehn Seiten hatte ich ein Gefühl, es funktioniert. Leider hat das Gefühl nicht ewig vorgehalten, nachdem ich dann rund about 180 Seiten geschrieben hatte, habe ich festgestellt, es funktioniert nicht. Das heißt, da musste ich dann nochmal von vorne anfangen, aber zwischendurch koste ich die Gefühle natürlich aus, ist klar.